so endlich geht es weiter mit dem bus simulator und wir fahren heute wir machen weiter mit einer kleinen und preise und das was jetzt kürzlich gerade steht jetzt dass ich wieder auf der freundlichen keiner alles klar gut dann fahren wir heute ein bisschen mit dem biller mit dem doppelstapult ist wie ich das angekündigt habe die letzten stellen die uns jetzt noch so ein bisschen fehlen und alles was jetzt quasi mehr oder weniger ausfällt aus dem aus dem raster alles was jetzt auf 5 aufgehört wird fliegt jetzt komplett raus alles andere haben wir es sind nur noch diese drei stadtteile hier offen ja für den fans dass er wieder dabei sein hier muss 21 und wir machen heute ein bisschen mit dem doppeldecker durch die gegend wir haben schon mal ein bisschen gewinnen können weil das wird das fahrzeug werden mit dem man auch die abschlussmissionen angehen oder den abschluss angehen dieser rund reise rund um die insel die rote durch alle stadtteile auf mindestens viereinhalb sterne das ist das was wir dann auch machen müssen aber können wir schon noch hin jetzt mal wie gesagt das war halt schon anweisen wir anfangen hat jetzt die view natürlich deutlich anders als die die bisher hatte dann heißt das die erste halte stelle fliegt schon wieder raus weil sie haben also raus damit ich muss mal kurz kurz das gucken die erste gewahr nämlich jetzt hoch also die zweite stelle jetzt gerade stehensivio point die steht hat sie ist tatsächlich die steht tatsächlich schon auf fünf und da sind auch damit durch so ich hoffe dass ich auch alle dann habe dann haben wir wieder das problem das sind insgesamt 137 halte stellen und dann alle durch zu suchen aber nicht aber ich habe was vergessen aber ich hoffe dass das funktioniert also aber es ist die nächste halte stelle dass wir werden heute nur halb so und jetzt durch suche in einem gelenkt doppelstock muss man den fahrgang mit der musik das ist natürlich oben oder ich liebe es die dicke busfahrer muss das war hier hoch chef war mir nicht klar ja wie gesagt doch mal die suche dem geländen doppelstock muss erstmal der fahrgang sagt lauter musik der kann ich noch umsetzen und dann fahren wir mal los sie haben wir fast fertig komplett wir haben das wird es noch eine halte stelle die ist jetzt auf drei das heißt das ist die stadt halte stelle das heißt die müssen wir noch auf fünf aufbringen man hat was sie die auch weggearbeitet und wir fehlen uns jetzt hier noch mit arbeitshaber und in ihr welis bringt zwei halte stelle in zwei stadtteile aber der passt der krimer singen so schön hier mit der sammlung lande was sich die gegend zu fahren kurz mal mit da reinsetzen nicht dass wir da irgendwas vergessen noch nicht so die stelle ist nicht da oben haben wir ja alle schon erfüllen wir richtung habe ich bin vor dem sieben bekam dann haben wir es nämlich relativ einfach und dann sind nur zwei stoppen alter und die liegen alle nach wie da beieinander und dann gibt es auch ein bisschen schneller mit der folge als wenn man die jetzt wir müssen ja wie gesagt oben noch die cv beach an die doch cv beach beach ja genau cv beach die müssen wir noch auf fünf aufwerten und dann hat man zumindest den stadtteilen weniger und dann hätten wir noch zwei halte zum stadtteilen und dann kriegen wir es so relativ zeitnah hin glaube ich dass ich nicht mehr allzu viele folgen machen muss oder einfach zu viele folgen habe jetzt hier durch sie zu müssen überhaupt stehen dann was mal so aber aber das dauert das noch ein bisschen mehr mit dem haus ist man natürlich wieder mit endlich schwarz es wird danach dass die jetzt jedoch kommt ich stelle das ja ich denke mal das klima hin wie ist die ich denn mal ziemlich zeit nach der lachen ich muss jetzt gerade gucken wir haben es in luft wo ich kann wieder jetzt muss ich wieder eine geschlossene fahrer suche sitzt natürlich oben welcher überraschung die strebe man ich darf wieder nicht bringen ich musste sie mir von einem fuchs zurückholen die strebe man keine hört laut musik und der andere hat nur gültige fahrkarte okay dann sitzt hat hat sich doch unten wir sind ja gleich der letzte zeit mehr darf also nicht und ich würde mich jetzt die gegnerin gestehe ach hier vor ist auch noch ein ausstieg ausgesehen ich will nicht kontrollieren ich will mich hier sitzen jetzt dann hatte ich eine da haben sie nicht kontrolliert ja passiert manchmal so ist halt so jetzt genau da und sind die alte stellen die nummer zwei ist wahrscheinlich hier ja genau jetzt die neu die zwei gewesen aber neun und füllen für geil so ich dachte wir sind jetzt relativ zügig an der halsstelle ich jetzt war gerade ein bisschen vom gas mit dem ding müssen aufpassen weil halt die höhe entscheidend ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen im hafengebiet dabei nicht dass da welche höhen sind es gibt die tolle geschichte von dem busfahrer aus berlin jetzt vor ein paar tagen glaube vor zwei tagen war das der man im doppelstag bus hier im kurs unter einer brücke geparkt hat also eine baustelle im fahren hat mit fünf verletzten zwei schwer verletzten na gut das kann man das natürlich das spiel nicht vergleichen mit dem mit dem real life aber es passiert hat sehr schnell leider hat war arbeit mit solchen auf 3 und 117 zwei wir haben zwei ja natürlich so ich muss mal kurz die fahrer ist hier vor der tür wegscheuchen ja mein ziel ist es heute tatsächlich dieser aufnahme session das spiel durchzukriegen zumindest das hauptspiel durchzubekommen aber ich das wirklich schaffe weiß ich noch nicht das sieht jetzt ein bisschen darauf ein bisschen damit zusammen hängt damit zusammen wie schnell kommen wir jetzt mit dem spiel mit der hat ja das war mir fast klar okay ja was meine ich gerade das wäre jetzt ein bisschen das wäre jetzt meine schuld gewesen habe ich natürlich nicht geguckt so jetzt geht da alle nahe nach stelle immer vier ist dann die fisch aus wie ich glaube diese haltestelle ist gut aber jetzt 21 haltestellen also das aber es wird jetzt weniger sind jetzt auch 20 oder so glaube ich sogar 2 80 zurück ich weiß gar nicht was das über für die wäre ist also ich sage jetzt einfach 2 80 cool ist aber sie kommen zwei dollar wie sieht er hier auch jetzt in amerika also ich finde es ja schon dass da haben wir so mehr so sache so um sie oder den fix bus simulator das ist die dinger nicht offen auf der auf der kontrolle auf der plästischen gibt weil da ich extrem bock drauf gehabt auf solche sachen ja ich hab die kurve falsch genommen das hätte ich bock zuletzt bäst du bist du denn sie auf jeden fall mit der männer live map oder wie gesagt noch die fixe stimulator den hätte ich extrem bock drauf gehabt in den auch zu den display definitiv ich habe zwar ein pc aber der muss fertig gemacht werden so leider können wir jetzt noch keine halte schon aufwerfen ich guck mal nach ob die sind das ist nicht aber fast ja 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 so next stelle ist da doch wann ja gut jetzt beieinander die alte stellen das ist das gute wenn wir dann zielungen weg haben dass wir hier die alle beieinander haben dann geht es auch wie gesagt dann kann ich hier zwei guten pro erfolge machen was sind die leute ja das ist jetzt egal ausgemacht hier kann ausgebaut werden doch wagen geht aus der liste ich liebe die sonne so ein schöner tag wieso kann ich jetzt nicht aus ich muss jetzt kurz was machen aber jetzt hätte wieder die komische lande gebracht ich krieg sie nicht rausgenommen aus der liste ich freue mich schon drauf nach der arbeit im stausee zu schwimmen das kalte wasser ist so erfrischend ich krieg sie nicht rausgenommen weil dort dann ist es halt jetzt so normale verkörper einfach vielleicht werde ich jetzt gerade noch anhaltlich stehen und noch verkauft verkaufen sind das kann auch die ausgabe ich wundere mich gerade einfach nur vielleicht kann ich so ausnehmen so also noch mal probieren wir es jetzt gerade noch mal weil ich will doch vor dem ich raus nehmen jetzt geht's okay so also doch mal ist jetzt aus der halte stelle ist heraus das war wahrscheinlich tatsächlich der grund dass wir wieder verkaufen zu verkaufen hatten dass die noch nicht abgeschafft soll natürlich abgeschlossen war aber es wird jetzt wieder eine weniger auf der liste dankeschön dass du mich reinlässt das ist super nett von dir die friedel street die darf es natürlich nicht fehlen wie gesagt meint ihr das ist heute das spiel komplett durch zu kriegen aber wie gesagt man kommt noch was zu kriegen versprochen versprechen kann ich es nicht ich sehe mich auch schon relativ schön wir haben schon 18 8 jetzt gerade kann ich bitte eine fahrtate haben so dann einmal kurz aber ich kann jetzt zeitnah relativ zügig gehen ja gut du willst jetzt nicht rüber gehen also freilich weiter exaktisch ist die blöden die street wo wir sie gerade von der halte stelle weg so weil wir halte stelle um acht die ist ja direkt hier vorne ja ich tu mir leid dass wir mitten in der stadt sind oder mit dem haftgebiet zu dass ich hier nicht mit 80 durchball an kann also das ding ist definitiv die abschluss mission die ganz ganz große abschluss mission da kommt nämlich keins mehr ja so zu krass so halte stelle ausgebaut werden immer die mit ich höre gerne oder direkt wenn es ist einer wird doch noch nicht haben hier sollte ich jetzt hier vorne gar keine die wahrscheinlich zu nah aneinander die halte position ok ich weiß nicht 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 aus ich habe ja schon mal gesagt dass ich da halt dass ich eher der typ in der mit auf dem bus im öffnen fenster fährt bei jedem wetter was haben wir denn jetzt hier und ich kann es auch nicht überholen ich muss jetzt hier war bisher war hallo entschuldigt mal bitte hier ist jetzt keiner gehe ich mal hier hoch weil das kann sein dass da einer ist so bis da ihr seht das gerade ja ich kann ja hier selber ausgucken ist das problem ist da gerade einfach nicht weiter geht ich gehe mal wieder runter aus dem kam ich hätte ich jetzt eine minute rum und hab nichts getan jetzt geht da endlich mal weiter so zu uns wie ja das ist die letzte stelle so dann fahren wir hier rechts ab und haben wir seine karre da weg nimmt da war der fußgänger ich weiß nicht wo der jetzt gerade steckt da ist er so muss jetzt gleich mal ein bisschen das tempo anziehen Die nächste Seite ist hier oben, das sind die 10. Gut, ich möchte hier meine Fackkarte haben. Die nächste Haltestelle ist die Darcy Avenue, die geht jetzt hier rechts irgendwo. Ja, ich hatte nämlich gerade auch an. Die sind jetzt alle ein bisschen verwinkelt, die Haltestellen. Ich sehe hier meine rechts, ich muss ja an die Haltestelle ran. Oh, ein Rollstuhlfahrer, ich möchte wieder hier reinkommen. Naja, probier was. Nehmen wir die mal hoch. Hallo, hi. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? So, nehmen wir mal die Haltestelle. So, ein Seniorenticket, Alter. Ich brauche eine Fahrkarte. So. Danke. Okay. Ach, der wird draußen, weil da hinter noch der zweite Bus steht. Okay. Wie das jetzt gehe ich wieder heißen? Äh, du hast die Fahrkarte vergessen. So. Aber kurz. Anhalten. Ja, ich stehe. Scheiße. Okay. So, Seniorenticket, einfach nur Fackkarte. Meine Tochter hat mich gefragt. Was ich an Seelöwen am meisten mag. Den Fischwanz, den Löwenkopf oder die Pfoten. Nur hin, bitte. Sie stellt sich wie Meerjungfrauen vor. Süß. So. Die Haltestelle wird jetzt nicht aufgewertet. Darf jetzt nicht? Sagt er jetzt. Ich bin glücklich. Das Wetter ist heute. Okay. Niemand kann mir heute sagen, dass... Ich wollte jetzt ein bisschen zwischendurch mal gucken, weil die auch die Haltestellen von den NPCs aufgewertet werden. Äh, die hier teilweise nicht gegen fahren. Jetzt sind wir mal wieder weniger, weil ich habe ja einige Runden wieder alle gelöscht. Aber... So, zwischendurch mal muss man nicht gucken. Die war nämlich jetzt auf zwei aufzuwerfen. Oh, ich muss unbedingt noch Wachsenfutter kaufen. Ja, ist wichtig. Ich möchte da so ein bisschen aus Erfahrung. So, ich fahre jetzt bin da jetzt so kacken, dreißen, drehen mich mal ein bisschen durch. Ich bin zwar noch ziemlich gut im Zeitplan, aber... Man muss es ja nicht provozieren. So, das hat das gefühlt. Die heutige Haltestelle ist jetzt schon wieder um die Ecke. Ach, die wollte raus... Ach du, das war die Rollstuhlfahrerin. Wenn das schönes Wetter ist. Ich möchte einen Weg mitmachen. Ich möchte einen Weg mitmachen. Ich möchte einen Weg mitmachen. Oh, das ist ja... Hä? Hä? Wo habe ich den Faktenfuß genauer nicht? Ich bin doch mal angefahren. Okay. Wo der Faktenfuß genauer mitgenommen. Ich bin doch mal von der Angeleite gefahren. Naja, passiert. Egal. Du kannst verschmerzen. Wir haben 4,3 Millionen auf dem Konto. So. Jetzt steht sich schon wieder vor... Ich steht so ein bisschen vor dem nächsten Zahltag. So. Nächste Haltestelle ist hier Nordgo Street. Und ich gucke mal, ob ich die Haltestelle aufwerten könnte. Die alten, die davor... Wir stehen dort... Die Kiste ist doch nicht auf... Ist ja so 4. Aber ich hoffe, dass wir im nächsten Durchgang dann... Dass die nächsten Durchgang dann durch ist. Nordgo Street. Ja gut. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja klar. So. Einmal kurz die Palette hier übernehmen. Bis auf die 5er. So. Gut. Nächste Haltestelle ist die... Ist doch die 16. Ich glaube, hier gibt es keine Ausweiter. Oder da gibt es nichts mehr rum? Weil die Haltestelle ist eigentlich da vorne. Da vorne. Alles klar. Gut. Die Valley Spring Church. Da gibt es High School. So. Nehmen wir die auch frei mit. Und da ist schon der nächste Fahrtag. Der dritte wie gesagt alleine schon in dieser Folge. Eine Fahrkarte bitte. So. Eine Fahrkarte bitte. Das ist so ruhig im Bus. Perfekt so lange. Ja. Einfache Fahrt bitte. Einfache Fahrt bitte. So. Alle drin. Ja da gibt es. Haltestelle Nummer 17 ist die Valley Spring High School. Es wird jetzt zwar die nächsten Folgen haben wir nicht langweilig. Allgemein wird es jetzt ein bisschen langweiliger. Weil jetzt heißt es wirklich nur dieses Trade, diese gute Fahrt immer wieder die Haltestellen aufwerfen und drei rauswerfen wenn wir sogar fünf haben. Aber das ist dann halt einfach so. Moin. Na also weiter. So. Valley Spring High School. So. Valley Spring immer noch zwei erst. Ja. Gut. Oder noch drei oder? Das ist nicht. Das ist hier gesehen. Oh ja da wollte ich auch zwei Läste zu steigen. Ich verstehe lassen. Nehme mal mit. Warum ist ja die US-amerikanische Flagge wie ihr seht. Wir sind tatsächlich am Weltall. Alles klar. Also sind es toller. So. Die hat es dann ist die King Street die nächste. Als Nr. 18. Auf diese Route. Das werden ja wie gesagt immer weniger jetzt. Das sind ja gar nicht nur die 60 oder 60. Ich habe ja ein paar jetzt wieder rausgenommen. Ich kann mal kurz gucken ob da irgendwo eine Haltestelle fehlt. Ja wie spring. Haushaber. Da passt soweit alles. Prinzipio wie gesagt da fehlt leider noch die obere Haltestelle. Die drei. Die startliche diese hier. Und dann hätten wir so alle. Du darfst jetzt eigentlich tatsächlich mal weiter fahren. Weil ich würde auch gerne mal ein bisschen weiter fahren. Ich gucke hier vor meinem Cappuccino. Ich will jetzt auch langsam die Folge wenden. Ich bin jetzt mal so kackt und dreißen. Zieh mal vorbei. Weil hier kommt ja scheinbar auf vorne nicht aus dem Krieg. Ich weiß das ist ein Stoppschild. Das interessiert mich aber ja zu wenig gerade. Ach ne das ist die. Die hat zu den 90.000. Aber egal. Alles gut. Ich kann jetzt nicht tauschen. Ich weiß nicht wie das geht. Ich weiß nicht wie das so gewesen ist wenn die tauschen. Ich bin wieder ein Rollstuhlfahrer ok. Kingstreet. 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 Whatever das ist. Aha. Wird euch nicht mehr einschlagen oder was? Weil du die Funke willst? Aha. Doch, er möchte, natürlich. So, Rollstuhlfahrer drin. Tür zu. Weiter geht die Reise. Halter Nummer 19. Haben wir gerade vorbeigefahren. Ist da die North Falls im Süd? Ich glaube, die South Falls im Süd hatten wir schon. Und die North müssen wir jetzt auch mitnehmen. Komm, jetzt schiebeln, weiter. So, nächste Haltestück ist, wie gesagt, die 19. Die gehen jetzt so nah und nach. Ich muss mal gucken, wo die Haltestelle ist. Ist die hier rechts oder zieht die gerade aus? Die ist hier rechts, ne? Ich muss hier erst mal abgeben. Das ist doch die Scheiße, wenn ich jetzt hier stehe, aber es ist egal. Das ist ein schöner Tag. Eine Fahrkarte, bitte. Ist egal. 10 Cent für uns jetzt. So, könnt ihr mal bitte die Arme auseinandernehmen. Oder beispielsweise aus euch herausnehmen, wie auch immer. Und vielleicht mal ein bisschen durchgehen, weil ich will die nicht weitermachen. Einfache Fahrkarte, bitte. Was ist die heutige Falle, du raus, ne? Wie gerade. Ja. Und dann geht es weiter. Ah, sie wollen jetzt, dass wir raus. Okay. Senior-Ticket einfach verkackert. Leute, einmal wieder durchgehen hier. So, Leute, alles schön offen. Danke schön. Wiedersehen. Geht mal weiter, ja. Ach so, willst du verkackert? So, jetzt ist einer noch da draußen, der wartet auf den Bus. Alles klar und Tschüss. Tschüss. Ich habe doch keinen Fuß gehand gefahren. Ich habe jetzt schon mit dem Fuß gehand gefahren, warum? Wo? Wie hier ist es? Ach, er hat sich. Ich möchte dann nicht, weil ich die Möche. Da, weiter. Schöner machen da jetzt. So, Pine Street. Die ist nicht hier, die ist nur eine weiter. Wann werden meine Schwester endlich pünktlich zu sein? Warum auch immer die alte Stelle? Ich habe hier sich die alte Stelle von... Ich habe mich daran gezeigt, dass ich da nicht raus musste. Also ich da rein musste. North God South, South Jones Street. Naja, fahren wir jetzt weiter. Hauen wir zum Zivio Point zurück. Die ist Gott sei Dank nicht weit weg. Zum Glück ist Baric Sonntag. Geil. Die hat mir so gut aufgewertet. das sind ja wir sind sie voll mit das ist dann die quasi wieder die stadtposition für die nächste folge weil wir müssen ja weil er zieht gerade mal mit eben hier durch spiel aber das ist ja vorne das gute die sind so in der nächsten folge gibt es dann weiter mit muss man heute 21 und der rote 48 bis dahin tschüss